Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen diesen Montag, dem 30. Dezember 2019, der zweitletzten Folge Geek Talk Daily, genauer gesagt der Nummer 754 im Jahre 2019. Die heutigen Themen sind iPhone XR, Huawei Problem, Tesla, Apple Maps und GT 6019 sowie 6119. Ich beginne gleich mit dem iPhone XR. Das ist nämlich das meistverkaufte Smartphone-Modell im dritten Quartal 2019 und laut den Analysten von Computer Point Research sogar das dritte Mal in Folge das beliebteste Smartphone, welches auf dem Smartphone-Markt verkauft wurde. Heisst, Apple hat es trotz grosser Konkurrenz wieder mal geschafft, das komplette Jahr oder eben drei Viertel vom Jahr hindurch das erfolgreichste Smartphone-Modell rauszubringen. Wenn man kurz in die Charts schauen mag, für diejenigen, die nicht klicken möchten, iPhone XR auf dem ersten Platz, Samsung Galaxy A10 auf dem zweiten, das Galaxy A50 auf dem dritten, auf dem vierten der Oppo A9, das iPhone 11 auf dem fünften Platz, Oppo A5s auf dem sechsten, auf dem siebten das Galaxy A20, das Oppo A5 auf dem achten und das neunte, da kommt neuer hinzu, Xiaomi Redmi A7 und auf dem zehnten Platz das Huawei P30. Ja, schöne Zahlen, schöne Modelle, allgemein tolle Smartphones, die es so zu kaufen gibt. Bin mal gespannt, wie es nächstes Jahr sein wird. Dann in den Staaten gibt es das Huawei-Problem, denn dadurch, dass der liebe Herr Präsident es verboten hat, Firmen aus den Staaten mit Huawei zu kooperieren, hat man jetzt da ein Problem, nämlich die einzelnen Firmen schaffen es nicht einzeln, die ganzen, ja, die 5G-Infrastruktur aufzubauen oder nicht in der Geschwindigkeit, wie es sein sollte. Und deshalb hat man jetzt ein ziemlich gröberes Problem, weshalb sich das Pentagon überlegt hat, man könnte doch so ein Pool machen, wo alle ihre Patente zum 5G-Thema reinschmeissen und man das Ganze nachher Open-Source-mässig zur Verfügung stelle, so dass man, oder eben die Staaten, auch in vernünftiger Frist das Land mit 5G-Antennen versorgen können. Lustige, witzige Idee, bin mal gespannt, wie das generell ankommt und vor allem, wie das umgesetzt wird, weil ich glaube da nicht so ganz dran. Aber ja, mal schauen, vielleicht beruhigen sie sich hier auch und werden wieder mit Huawei einig. Die Tesla-Ampel-Stopp-Schild-Erkennungs-Update-Geschichte ist durch. Mit dem Weihnachts-Update ist das, ja, eben ein Update rausgefallen für alle Model 3, S und X Teslas. Und da bekommt man jetzt angezeigt eben rote-grüne Ampeln, Stoppschilder etc. Es passiert aktuell noch nichts, wo darauf reagiert wird. Für all die, die News-Folge im Geek Talk schon gehört haben, ein bisschen weiter ist die Info jetzt mittlerweile. Aber es soll nächstens dann soweit sein. Sehr, sehr spannend und ja, schöne Weiterentwicklung. Auch eine weitere Entwicklung ist bei Apple passiert. Man hat ja bekannt gegeben im Sommer, dass man die Karten komplett überarbeiten wird. Hat das auch fleissig getan. Also im Sommer 2018 hat man das angekündigt. Hat dann auch nach und nach einzelne Städte freigeschaltet. Jetzt, Ende 2019, wurde fristgerecht, wie angekündigt, das letzte Update reingehauen. Alaska und ich glaube mittleres, südöstlicher Teil der Staaten, genau, wurden noch upgedatet. Und jetzt ist komplett Amerika auf eben den neuen Apple Card. Man sieht Gräser, man sieht Bäume, man spielt Sportplätze, Plätze, generell Parkplätze, etc. Viele Details und so weiter. Ich bin gespannt und werde mir da mal ein bisschen die, ja, die Staatenerkundschaften, ein bisschen durch die Städte Amerikas durchgehen. Bin mal gespannt, wie das da ausschaut. Vor allem im Vergleich mit älteren Modellen. Muss da ein altes iPad hervorkramen. Dann habe ich zwei interne News quasi für all diejenigen, die über die Tage jetzt noch ein bisschen frei haben und nicht arbeiten müssen oder auch für alle anderen, die arbeiten gehen und auf dem Weg im Zug im Auto noch ein bisschen Platz haben. Mit der Geek Talks 6019 haben wir die letzte Interview-Folge im Geek Talk veröffentlicht, da mit dem Jörg Händle zusammen. Und in der 6319 habe ich zusammen mit dem Achim die letzte News-Folge des Jahres 2019 veröffentlicht. Wir haben somit 61 Geek Talk-Folgen in diesem Jahr veröffentlicht, vom grossen Podcast, dem Mutter-Podcast. Und ja, hört doch mal rein, wenn ihr Lust habt. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag, viel Erfolg und startet gut in den freien oder auch arbeitsamen Tag, je nachdem, wie ihr es habt oder möchtet oder tut. In diesem Sinne, euer Pogipsi. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.